Hallo zusammen, ich habe hier unsere drei Größen an Batterien, eine 100, eine 150 Ampere und eine 200 Ampere Stunden und wir zahlen dafür ja vorgezogene Recyclinggebühr, also beim Import oder mit dem Import dieser Batterien zahlen wir diese Gebühren und die Gebühren für solch eine 100 Ampere Stunden Batterie bei InnoBat, das verlinke ich euch die Seite unten drin, die liegt bei 46 Franken 40 für jede Batterie, die wir importieren, bezahlen müssen. Bei dieser Batterie hier, die 150 Ampere Stunden, da zahlen wir 65,60. Und bei der 200 Ampere Stunden Batterie bezahlen wir 84,80, also fast 85 Schweizer Franken bezahlen wir an InnoBat, die im Auftrag der Umwelt Geld von uns kassiert, für die zukünftige Entsorgung dieser Batterien. Diese Preise, die bezahlen wir ja nicht selber, die verrechnen wir euch mit dem Kaufpreis dieser Batterien. Also ihr bezahlt jetzt schon die Entsorgung. Die Preise der Batterien, wir haben jetzt eine neue Lieferung bekommen, die werden sinken, aber dazu mache ich morgen ein Video, weil die sinken ab 1. Februar 2023. Ich verlinke euch das Video hier und ich wünsche euch einen schönen Tag. ... ... ... ... ... ... ...